Ja, ich habe das Ergebnis hier, aber es ist mir egal, für mich ist Lea meine Tochter. Hör mal, und wenn sie das nicht ist, was ist dann? Willst du deinen Lebtag für ein Kind zahlen, was überhaupt nicht deins ist? Verdammt nochmal, ich habe diesen Test bezahlt und jetzt wird er aufgehört, ich will wissen, wer der Vater ist. Ich werde bitte dir ein für alle Mal, die schon meine Angelegenheiten zu beschreiben. Das kann er wohl nicht angehen. Frau Schuster, da hinten ist ihr Platz. Na, da hat er sich auch mal durchgesetzt. Entschuldigung. Ach gut, nochmal. Es tut mir leid. Und da der Illegale ist, interessiert es mich ehrlich gar nicht, was da drin steht. Im Moment jedenfalls nicht. Herr Schuster, Ihre Mutter hat sich auch mit Ihrem ältesten Bruder verstritten, habe ich gehört. Was war da der wesentliche Grund? Ja, mein Bruder hat vor vier eine Frau kennengelernt, der einen Sohn aus der Ehe hatte, den Maximilian. Und mein Bruder hat total die komplette Vaterrolle für den Kleinen übernommen und er und seine Freundin haben dann auch geheiratet. Ja, und das war sein größter Fehler. Ja, seitdem zieht die Frau ihm nur das ganze Geld aus der Tasche. Diese Frau tut Gregor gut und sie liebt ihn auch. Er hat endlich die Familie, die er sich schon immer gewünscht hat. Aber das konntest du eh nie ertragen, dass es uns gut geht. Weil du das auch nie hattest, weil Vater dich verlassen hat. Frag dich mal, warum wohl? Es ist gut jetzt. Herr Schuster, trotzdem will ich jetzt nochmal auf die Vaterschaft für Lea zurückkommen, weil das scheint mir ganz hintergrundwesentlicher zu sein für die Aussagen von, ich weiß nicht, welcher ich glauben soll. Als zweiter Vater käme ja noch dieser Roland Weinberg in Betracht. Wissen Sie das? Ja, er kommt auch als Vater in Betracht, aber der kümmert sich gar nicht um das Kind. Als der erfahren hat, dass Liane schwanger ist, hat er sie abgeschossen und ist mit Mina, Lianes ehemaliger besten Freundin, zusammengekommen. Und seitdem gab es ständig Streit. Die wohnen nämlich bei uns auch im Haus. Und wenn Liane mit unserer kleinen Lea durchs Haus gelaufen ist, ruft Mina so Sachen wie Schlampe und du kümmerst dich gar nicht um unser Kind. Kann ich mir vorstellen, wie es dazu geht. Von der Jugendgerichtshilfe haben wir vorhin gehört, ich glaube, Sie hatten den Begriff Tollpatschisch verwendet. Etwas seltsam jedenfalls soll sich Ihre Ehefrau benehmen. Können Sie uns dazu was sagen? Liane hat sich in letzter Zeit ein bisschen schusselig benommen. Ich weiß nicht genau, was da los war, aber es heißt noch lange nicht, nur weil sie schusselig benommen hat, dass sie unserer Tochter absichtlich wehtut oder sich weniger um sie kümmert. Aber wenn sie so stark ist, wie Sie sagen, Ihre Frau, und wenn sie so liebevoll mit ihrer Tochter umgeht und so verantwortungsbewusst, warum sagt sie uns dann hier nicht die Wahrheit, was hier eigentlich los ist? Das weiß ich nicht, das müssen Sie sich schon selbst fragen. Tja, wir kommen nicht weiter. Noch Fragen an den Zeugen, Schuster? Nein. Dann nehmen Sie mal bitte hinten neben Ihrer Mutter Platz, aber dass mir halbwegs Ruhe herrscht da hinten. Dann möchte ich gerade mit dieser Minna, die eben erwähnt worden ist, fortsetzen. Frau Greif, bitte Minna Greif. Gleich unvereinbar ist der Zeuge. Frau Greif. Oh, was für interessante Blicke. Dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, auch als ehemalige Freundin gilt das, ist bekannt, sonst macht man sich strafbar. Frau Greif, Ihr Vorname ist Minna, Sie sind 21 Jahre alt und wohnen in Frankfurt. Was machen Sie vom Beruf? Ausbildung zur Bürokauffrau. Ich bin jetzt im dritten Lehrjahr. Aha. Mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwängert. Ja, das stimmt. Mal befreundet gewesen, aber das ist vorbei. Was war der Auslöser für den Bruch zwischen Ihnen beiden? Tja, das müssen Sie Sie fragen. Sie sitzen jetzt gerade da, also frage ich Sie. Die war schon längst von meinem jetzigen Freund Roland getrennt und hat mir immer wieder gesagt, wie vollkommen in Ordnung es für Sie wäre, wenn ich mit ihm zusammenkäme. Wobei ich mir damals schon gedacht habe, dass man es ja eigentlich nicht macht. Ex-Freund von der besten Freundin. Ach ja. Eigentlich. Das Wort eigentlich heißt ja immer, man macht es anders. Also Sie haben sich nicht ewig bitten und drängen lassen, haben sich anders überlegt. Ja gut, wo die Liebe hinfällt, kann man nichts machen. Aber als ich dann erfahren habe, dass die nochmal, obwohl ich ja schon mit Roland, da war sie schon längst mit mich, da war sie nochmal schön mit Roland in der Kiste. Und da war für mich nämlich die Freundschaft völlig gegessen und das hast du mit völligster Absicht gemacht, nur um mir wehzutun. Das werde ich dir nie verzeihen. Es tut mir leid, was damals passiert ist, aber das ist doch schon ewig her. Außerdem habe ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gewusst, dass du fest mit Roland zusammen bist. Wie auch immer. Uns interessiert hier natürlich, wie die Angeklagte mit ihrer zweijährigen Tochter Lea umgeht. Hatten Sie mal den Eindruck, und Sie stehen hier unter Wahrheitspflicht, ja, und nicht auf mich zu übertreiben, dass sie mit der Erziehung ihrer Tochter überfordert ist? Kein Bock-Einstellung, so oft wie die das Kind alleine gelassen hat. Ganz klar. Momentchen mal. Das Kind alleine gelassen, können Sie das sicher sagen oder vermuten Sie das jetzt? Ich kann das ganz sicher sagen. Ich wohne ja im selben Haus und ich habe in den letzten Wochen mindestens dreimal gesehen, dass sie ohne Lea das Haus verlassen hat. Ja, und in der Zeit war die Kleinen natürlich dann in der Wohnung allein. Nina, was soll das? Mit anderen Worten, stimmt das? Nein, natürlich nicht. Warum solltet ihr zurück in das Börrung? Weil sie eifersüchtig auf mich ist. Weil sie schon immer eifersüchtig auf mich war. Also, wegen Roland Weinberg? Ja, auch. Aber wir sind seit dem Kindergarten befreundet gewesen. Und wir haben eigentlich jahrelang alles zusammen gemacht. Schule, Freunde, Partys. Aber egal, was ich hatte, ob es eine Puppe gewesen sei oder sei es ein neuer Freund gewesen, sie hat eben versucht, es mir wegzunehmen oder kaputt zu machen. Weil du einfach nur total egoistisch bist. Du hast ja immer gedacht, dir gehört alles alleine. Egoistisch? Ich habe alles für dich und unsere Freundschaft getan. Und das weißt du auch ganz genau. Aber du? Du hast mir doch immer nur alles missgönnt. Ich hatte überhaupt keine Chance, es dir recht zu machen. Aber das sehe ich erst jetzt. Ich hätte niemals gedacht, dass du mich mal so hassen könntest. Wie darf ich das denn hier so verstehen? Ist das jetzt ihr persönlicher Rachefeldzug gegen ihre ehemals beste Freundin oder was ist das? Nein. Mir geht es nur um die Lea. Weil es ist ja nicht so, dass sie sie nur alleine gelassen hat. Nein. Dann hier, dann trinkt sie sich auch noch schön gemütlich ein. Das ist nicht wahr, Mina. Warum tust du so was? Ich gebe es doch zu. Du hast ja wahrscheinlich jetzt auch schon wieder einen gepischelt. Quatsch. Das haben wir doch eben schon mal gehört. Das ist doch auch von ihrer Schwiegermutter ins Spiel gebracht worden, dass sie da möglicherweise ein Alkoholproblem haben. Das würde ja auch passen. Oder lügen jetzt alle Zeuginnen? Alle Zeuginnen kommen hier rein und lügen. Vielleicht wollen die beiden Damen einfach meine Mandantin schlecht machen, weil sie beide ein Rochus auf sie haben. Vielleicht haben sie sich sogar abgesprochen. Wer weiß. Das ist doch lächerlich. Naja, sie wohnen beide im selben Haus und lieben tun sie die Angeklagte nicht. Aber das hat nichts damit zu tun, dass sie nicht auch die Wahrheit sagen könnten. Frau Schuster, noch mal. Haben Sie Lea gelegentlich alleine zu Hause gelassen? Ja, ich habe Lea schlafen gelegt und bin eben mit dem Babyfone losgegangen. Das heißt, wenn mit Lea irgendetwas passiert wäre, irgendwas gewesen wäre, ich wäre sofort da gewesen. Natürlich jetzt doch nicht sofort wieder zurückrudern. Also ja, ich habe das Kind alleine gelassen und das mehrfach. Danke. Wenigstens geben Sie das jetzt mal zu. Frau Schuster, so ein Babyfone hat ja keine unendliche Reichweite. Womit sind Sie, wo sind Sie da hingegangen? Tja, bei uns am Kiosk, um sich zu besaufen. Ich trinke keinen Alkohol. Also, Entschuldigung, Sie müssen doch eigentlich ziemlich verzweifelt sein, oder? Sie haben doch nur Angst, dass Ihr Freund Roland der Vater der kleinen Lea ist. So ist es doch, oder? Roland ist nicht Leas Vater. Das wissen wir noch nicht. Denn das Ergebnis ist da hinten in einem Briefumschlag. Und dann wissen wir erst, wer der Vater ist, wenn wir den geöffnet haben. Du hast es nicht erst gemacht? Oder wenn der junge Mann den geöffnet hat. Ja, dann mach doch mal auf. Es ist mir scheißegal. Lea ist meine Tochter und fertig. Ey, ich werde noch wahnsinnig. Der Gedanke, dass Roland der Vater sein könnte, das macht mich verrückt. Aber Sie werden nicht wahnsinnig. Sie sind wahrscheinlich schon wahnsinnig. So wahnsinnig, dass Sie ihr behaupten, dass meine Mandantin Alkohol getrunken hat, während sie ihre Tochter alleine gelassen hat. Frau Greif, können Sie Ihren Verdacht näher begründen? Gibt es Zeugen dafür? Neutraler Rat? Ja, der Uli, der kann das bestätigen. Wer ist Uli, Frau Schuster? Uli gehört der Kiosk von seiner Ecke. Ach. Und Sie sind mit dem Uli befreundet? Der Dealer sozusagen. Haben Sie jeweils mit dem Alkohol getrunken, mit diesem Uli, während Ihre Tochter alleine zu Hause war? Hör ich dazu? Meine Mandantin äußert sich dazu nicht. Da sehen wir es doch wieder. Hör mal, merkst du eigentlich gar nicht, was sie für ein Spiel spielt? Willst du ihr immer noch zur Seite stehen und immer noch zu ihr halten? Ja, natürlich. Dann möchte ich diesen Uli, wie heißt der Mann weiter? Ulrich Wojtaschek. Wo hat er seinen Kiosk? Das ist bei uns am Rathenauplatz. Hausnummer ist ich jetzt auch nicht. Ach, das reicht der Herrscherin immer. Salisch, Frau Herrscher, wir brauchen noch jemanden. Natürlich, in der letzten Sekunde eine Strafsache Schuster. Die verhandeln wir ja gerade. Und der Uli wird dann endlich mal bestätigen, was du für eine Säuferin, für eine blöde, hinterlistige, saudumme Kudo bist. Jetzt passt auf, Herr Ulrich. Selbst wenn Roland der Vater sein sollte, ich schwöre dir, du bekommst keinen Cent und er wird sich auch nicht um deinen Balk kümmern. So, und ich schwöre hier natürlich nichts, aber ich sage Ihnen, dass Sie das definitiv nicht zu entscheiden haben. Und ich wäre an Ihrer Stelle mit Beleidigungen vorsichtig. Haben wir uns verstanden? Unverheitlich, Sie nehmen hinten Platz. Roland Weinberg, bitte. Mach mal den zweiten Vater angucken, den möglichen. Herr Weinberg, bitte nehmen Sie Platz. Herr Weinberg, was man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Roland ist Ihr Vorname, Sie sind 23 Jahre alt und wohnen in Frankfurt. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Kfz-Mechatroniker. Mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Aber momentan ist es einfach so, dass ich trotzdem versuche, es allen recht zu machen, aber egal, was ich mache, ist verkehrt. Und als ich letztens mit Liane nochmal ein klärendes Gespräch führen wollte, war das auch verkehrt. Wann wollten Sie mit dir reden? An dem Tag? Das war an dem Tag, an dem der ganze Mist hier passiert ist. Haben Sie irgendwas von dem Nasenbeinbruch mitbekommen? Ja, und zwar stand ich da gerade im Treppenhaus, als ich lautes Geschrei aus Lianes Wohnung gehört habe. Und? Von Liane und Lea, von beiden. Und kurze Zeit später ging dann die Tür bei Schusters auf und Frau Schuster stürmte wie wild geworden die Treppe hoch und rannte in Lianes Wohnung. Kurze Zeit später kamen Sie dann mit der weinenden Lea auf den Arm wieder zurück und gingen in Ihre Wohnung mit Lea. Herr Weinberg, damit haben Sie ja unmittelbar von dem Stoß oder Zufall, Unfall nichts mitbekommen. Worüber wollten Sie eigentlich mit der Angeklagten reden an dem Tag?